Also, holen wir den Verband. Genau. Unauffällig. Und holen wir die Kamera. Ja, aber wo gehen wir dafür am besten hin? Mach mal die Minimap auf. Ja. Okay, also auf jeden Fall, hier drüben gab es einen Verband. Ja. Holen wir uns den schon mal. Lass mich dir helfen. Lass mich dir helfen? Wer sagt das? Das ist eine sehr gute Frage. Ach, ich glaube, der betet. Wahrscheinlich ja. Ich glaube, das ging nicht an uns. Okay, also der da drüben, der Typ, der greift uns an. Der Typen? Der Typen, ja. So. Okay, erstmal Verband benutzen. Ja. Also, der muss echt klasse Verband haben, wenn das hier so ein Kram hilft. Dass es dem dann so gut wieder geht. Ja, vor allem verbindet er sich, also in dem Fall stimmt er, aber er verbindet sich ja sonst auch immer nur die Hände. Ja, das stimmt. Das Bein ist gebrochen und er verbindet sich mit dem Arm irgendwie. Jetzt geht es mir wieder gut. Alles gut. So, okay, jetzt wollen wir uns den Verband hier drüben. Ja. Ne, da war nichts. Ach, ich glaube, ich weiß, wo wir landen müssen. Also, ja, nicht direkt, aber ich habe eine Vermutung. Das sah mir gerade aus, als ob ich durchklettern kann. Ja, ich bin auch schon mit der Nase fast am Bildschirm. Weil ich gerade gucke, ob ich da was erkennen kann. Es ist ja relativ dunkel hier. Bei mir ist es auch super dunkel. Ich sehe so gut wie gar nichts. Hä, wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich einmal im Kreis gelatscht. Na, super. Du bist nur da durch die Hütte durchgekrabbelt. Oh, da geht's hoch, ja. Ey, dass der nach so einer Aktion noch so eine Kraft hat, sich da hoch zu zerren, ist unglaublich. Das ist wahrscheinlich das Adrenalin. Ja. Einfach nur weg. Okay, meine Kamera muss ja eigentlich der Typ dann noch haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt noch gar nicht hier hätte hochgehen dürfen. Ich glaube schon, oder? Gut, vielleicht von der anderen Seite oder so, dass ich mir die Kamera dann hole. Mhm. Na, geh hoch, Junge. Na los. Sonst würdest du halt hier jetzt nicht weiterkommen. Erstmal. Mhm. Au. Ja klar, Bäume. Bäume machen mich kaputt. Das sieht aber komisch aus da hinten. Mhm, brennt da was. Könnten Taschenlampen sein. Können ich hier lang? Was passiert denn da? Ich weiß nicht. Irgendwie rennen die da rum und... Vielleicht suchen sie ja schon nach uns. Das kann gut möglich sein. Was mich aber halt wundert, ähm, dass sie Taschenlampen benutzen. Die anderen haben nie Taschenlampen benutzt. Ach, hier sind wir schon wieder beim Kreuz. Äh, äh, äh. Ja. Obwohl, das ist ja die Ausgestoßenen, oder? Wo wir jetzt sind. Genau. Ja, gut. Die sind ja nicht umsonst ausgestoßen. Da werden die anderen erst recht... Also da werden die gar nicht rumlaufen, wahrscheinlich. Gehen wir nochmal zurück. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es hier oben weitergeht. Oder vielleicht jetzt noch nicht zum Zeitpunkt. Ja. Und mit den Taschenlampen war sehr merkwürdig. Vielleicht waren das ja auch die Nicht-Ausgestoßenen, oder so. Ja, das war ja schon die andere Seite wieder. Genau. Dass jetzt vielleicht die, ich sag mal, Ausgestoßenen gekillt wurden, oder so. Wollen wir es hoffen. Wo ist denn unsere blöde Klammer? Wow. Gehst du doch nochmal hoch? Ja. Ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt. Ja, vielleicht kommt der da nicht hoch. Oder doch? Nee. Holy shit. Das war aber kein Ausgestoßen, ne? Mhm. Definitiv nicht. Wo kam der jetzt her? Da haben wir doch was getriggert anscheinend. Ja. Okay, der läuft jetzt da hinten lang. Mhm. Okay, bloß runter hier. Vielleicht musst du dann doch da rein. Oder nee, dann war es eigentlich richtig, dass wir jetzt hier runter sind, wahrscheinlich. Wir sind hier runter und haben uns getriggert. Genau, genau. Das ist schon da. Das gibt's doch nicht. Die haben mich gesehen. Ohne Ende. Ist das klar? Scheiße. What the fuck? Why? Ich war so harmlos hier hinten am Knien? Ja. Okay, ich gehe erstmal noch nicht hoch. Schauen wir uns erstmal ganz gründlich noch um, ob da vielleicht irgendwo die Kamera liegt. Aber wenn ich links gegangen wäre, hätte der eine mich ja angegriffen. Ja. Aber oben ging's ja definitiv nicht weiter, oder? Nee. Ich hab alles Mögliche probiert, da ging's nicht lang. Dann müssen wir unten. Also ich, ja, ich muss das wahrscheinlich triggern und dann muss ich gucken, dass ich hier vielleicht... Keine Ahnung oder so, dass ich da... Ach, dass du jetzt vielleicht an dem einen vorbeikommst, der vorhin da im Weg war. Oh, was denn jetzt? Ach, scheiße. Ja, stimmt ja. Ich war zu fix. Den hab ich ja immer noch abgewartet am Anfang. Stimmt. Das Mahlgrab. Ja, lass mich mit deinem Gott in Ruhe, ey. Ja, bitte. Genug Gott gehabt hier. Gurchtbar. Wo zur Hölle bin ich? Ich seh irgendwie so gar nix. Okay. Vor allem, was hat der Knot dann mit der Kirche zu tun? Überall diese religiösen Symbole. Mhm. Aber dann wieder der Knot irgendwie. Ja. Gut, der ist ja irgendwie auch so ne Art Kirchenoberhaupt. Mhm. Tun die einfach so, als wäre einfach das... Christentum? Mhm. Und Knot ist halt der Gott. Genau, genau. Er ist noch nicht mal der Vertreter Gottes, er ist Gott. Also so wie es sich in den... Kein Strafrohr oder so, er ist es. So wie sich das jedenfalls in diesen Dokumenten immer so anhört. Ja, ne? Also die haben keine eigene Religion gegründet, das haben sie nicht mal drauf. Die haben schon eine... Genau. ...Bestehende genommen. Okay. Übersiebe den Geist. Jetzt hole ich mir das andere Ding noch... Was machen die denn da für einen Ritus gerade? Na? Die müssen dir. Sei bereit für den Grab, das ist ja... Klasse, ne? Nehren die denn. Okay. Wir sind jetzt bei dem Feuer. Da sitzt ja der eine rum, ne? Genau, genau. Und der ist dann aber weg. Und... Wie gesagt, also von oben sieht man das ganz gut, dass da irgendwelche Leute mit Taschenlammen sind. Weil ich glaube, die hier haben gar keine Technik. Also gar nichts davon. Und... Deswegen müssen die Leute mit der Taschenlampe wahrscheinlich irgendwer anders sein. Gehe ich stark von aus. Wahrscheinlich, ja. Und jetzt gilt es eigentlich nur noch... ...und das Ganze hier zu überleben. Also hier... Das wird jetzt getriggert. Und wir müssen dann unsere Kamera bekommen. So. Oder kannst du da runter? Oh, verdammt schon wieder. Immer dieser verdammte Baum. Ach, da, da. Kannst du da runter? Da ist kein runter. Das war nur über dem Baum. Ah. So. Und jetzt sehen die nämlich... Aha, hier hätte der sein müssen. Ja, genau. Und dadurch triggern wir das. Genau. Mhm. Und jetzt suchen sie das. Und jetzt sind die nämlich aktiv auf der Suche nach uns. Ja. So schaut's aus. Und jetzt speichert's leider nicht. Nee. Ja stimmt, wenn's wenigstens speichern würde. Mhm. Dann müsste man sich den Mist nicht jedes Mal anschauen. Okay. 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 Kannst du da gucken, ob da schon einer kommt mit einer Taschenlampe? Also ich seh grad nix. Rechts auch nicht, oder? Nee, also hier ist noch Felsen. Okay. Ey, ich frag mich, wie ich an denen vorbeikommen soll. Oder ist das einfach so, renne einfach so schnell wie möglich dran vorbei, wie's nur geht? Das hab ich auch schon mal gemacht, ja. Dass man hier gar nicht sich durchschleichen kann oder so. Das Problem ist halt, man hat keine Lust, was auszuprobieren, weil wenn man stirbt, muss man sich den ganzen Scheiß wieder von vorne anschauen. Ja. Und dadurch wird halt noch mehr Angst geschürt, irgendwie. Mhm, auf jeden Fall. Aber nur, weil du's halt nicht noch mal machen willst, grad. Okay, da ist er. Äh, da steht er, da steht er. Gehst du noch mal hoch? Ja. Weil wenn ich jetzt nicht hochgehe, dann tötet er mich gleich. Ja. Aber wo ist er jetzt? Das ist halt das Blöde. Ich erkenne halt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob er da ist, ich weiß nicht, ob er weg ist. Da unten steht er. Wo? Rechts. Oh shit, ja, du hast recht. Deswegen sag ich doch schon nach rechts, weil der kommt ja, wenn dann von rechts. Und geht nach links weiter, okay. Ach, du hättest vielleicht auch nach links laufen können. Mhm. Statt nach rechts. Aber jetzt ist er ja nach links weitergegangen, das heißt, jetzt könntest du. Dafür nach rechts gehen. Oder er geht da jetzt immer im Kreis, keine Ahnung. Ich glaube, der. Jetzt steht er vor dem Lagerfeuer. Ja. Jetzt geht der weiter geradeaus. Aber er bin nicht gerade erschrocken. Ich hab ihn gesucht und auf einmal steht er da. Mehr oder weniger vor uns. Also wenn ich den jetzt sehen sollte, rein ich, was das Zeug hält. Mhm. Gibt's da irgendwas, wo man sich verstecken kann? Also ich weiß nicht, ob das als versteckt zählt. Ich glaub schon. Hör auf jetzt die Hände zu bewegen, sonst sehen die dich. Ich hab so Angst, dass von hinten was kommt. Oh. Nein! Autsch! Ernsthaft? Ein Schlag? Ein fucking Schlag? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht. Ach Mensch, das nervt. Ja, find ich auch. Ich meine, wenn man wenigstens wüsste, was man machen muss. Aber wir müssen halt echt nur rausfinden, jetzt wo wir überhaupt hin sollen. Ob ich jetzt einfach wirklich nur rennen soll? Das ist halt die Sache. Ja, ich glaub, das machen wir jetzt, oder? Ja, würd ich auch sagen. Einfach rennen. Na, wo steckst du? Vielleicht musst du den auch erst triggern. Nee, der kam meistens schon, wenn ich hier Richtung Lagerfeuer geschaut hatte. Ja. Ich dachte, du warst immer ein bisschen näher dran. Ach, das kann sein. Moment, das probier ich mal. Da. Ach Gott. Ach, weißt du, was wir machen? Wir laufen diesmal nach links. Der Typ steht ja rechts und würde uns ja sofort sehen. Und wir laufen einfach nach links. Welcher Typ steht rechts? Bei den Felsen. Wenn wir runtergehen, dann kommt der doch von rechts. Ach so. Und da geht er dann links zu dem Lagerfeuer. Aber das eine Mal war es ja auch so, da stand ich hinter dem Zelt und er hat mich schon gesehen, als ich gegenüber war. Ach so. Als er gegenüber war, nicht ich. Also der riecht mich dann irgendwie, oder keine Ahnung. Also sobald ich hier unten bin, dann sieht er mich halt schon. Hoppala. Okay, getan. Oh. Kostenverband? Ja. So. Okay, erst mal heilen. Kann man das nicht überspringen? Wir kennen das schon. Also. Was ist, wenn du dich jetzt noch genauer umschaust? Da passiert nichts, oder? Da kann man jetzt nicht irgendwie eine Ahnung haben. Wenn ich, wenn ich jetzt Richtung Lagerfeuer gehe, also zu dem anderen Lagerfeuer, dann holt er mich ja. Und wir müssen zu dem anderen Lagerfeuer, meinst du dann? Ja, ich gehe davon aus, dass wir in die Richtung müssen. Also ich kann jetzt mal dahin gehen, weil ich hier selbst finde ich nichts. Da wird doch nichts sein. Also hoch, gucken, wieder runter. Und wie gesagt, ich muss in die Richtung. Ah, der ist auch das, der das quatscht mit dem Lamm und so. Der betet da irgendwas. Ich glaube auch. Und ich werde einfach versuchen, dahinter durchzurennen. Aber wenn du da jetzt hingehst, dann schnappen sie dich. Alle beide. Ja, ich glaube schon. Okay. Ich könnte natürlich probieren, dass ich wirklich runterspringe und dann wirklich an ihm versuche, vorbeizurennen. Weil letztendlich wird er mich wahrscheinlich eh sehen irgendwie. Ja. Versuchen wir es. Ja. Machen wir das jetzt, die Kamikaze-Sache. Ja. So. Aber halt nicht an ihm vorbei, sondern nach links. Einmal im Kreis. Dort, wo das Kreuz ist? Mhm. Ah, das könnte ich probieren. Also genau die Route, die er halt vorhin auch gegangen ist. Der ist ja von rechts gekommen. Achso, du meinst an diesem Zeltlager-Ding. Ja, stimmt. Genau. Da ist er hingegangen. So. Orientierung. Mhm. Warte, das sprechen wir nochmal ab, sobald ich davor stehe. Mhm. Ouch. Jetzt, ich bleib doch das Spiel. What? Why? Wieso? Weil du runtergefallen bist, oder was? Scheinbar. Hä? Ich bin woanders jetzt lang. Oh. Du bist woanders lang? Du bist nach links diesmal. Ja. Ja, und das solltest du wohl auch. Ach, wie gut. Aber das ist ja total dämlich, oder? Ja, ja, ja. Das war, das ging vorher nicht. Ich bin irgendwo lang gerannt, weil ich dachte, da wäre der Baumstamm. Ich wollte über den Baumstamm springen und plötzlich war ich unten. Komisch. Naja. Aber deswegen werden wir immer geschnackt, wenn wir wieder zurückgegangen sind, weil wir da gar nicht hin sollten. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Wo ist mein Kamm? Deswegen ging das so schnell. Irgendwer übergibt sich, ja, irgendwer übergibt sich hier schon mal. Hier ist ein Häuschen. Der Kleine, der kotzt die Großen aus. Oh. 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 Oder wir kriegen gleich schwarze Sumpfmonster. Oh, er hat mich schon gesehen. Hey. Aua. Lass mich nicht riechen. Wenigstens hab ich das mal gespeichert. Ich renne, was das Zeug hält. Ja. Oh nein. Das ist schlecht. Unten durch? Geht's unten durch? Ist da ein Loch? Loch. Kein Loch. Scheiße. Ich bin hier nicht. Geht weg von mir. Ich bin hier nicht langgefahren. Auszieht der uns hier wirklich nicht. Das wäre ja krass jetzt. Ja, der geht weg. Boah. Knappe Kiste. Viel zu knapp. Oh, da ist Blut. Ich glaub, hier muss ich hochspringen. Ah ja. Na? Geht durch. Er wollte nicht. Mhm. Ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass die Kamera irgendwie so weit weg ist. Also, ich wäre jetzt irgendwie da in der Nähe geblieben. Ja, 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 deswegen. Ich dachte jetzt auch, das wird wohl in dem Camp sein oder so. Irgendwo müssen wir dann da hin oder so. Aber anscheinend doch nicht. Sind wir jetzt auf der anderen Seite? Ja, ja, ich glaube schon. Und ich hab irgendwas gehört. Der, der ist so am Stöhnen gewesen oder so ähnlich. Mhm. Aber ich weiß grad gar nicht, wo ich hin muss. Ich seh nichts. Und ich dachte schon, man sieht eh schon wenig in dem Spiel. Aber ohne Kamera ist es ja echt die Hattel. Ja, furchtbar. Ganz schrecklich. Macht man sich ja die Augen mit kaputt. Oh, die Kamera wieder. Einfach den Bildschirm her einstellen. Ja. Besser wär's. Wer zur Hölle wirkt hier denn die ganze Zeit? Mhm. Nee, von hier bin ich gekommen. Das Monster aus der Schule. Das wäre mir grad echt lieber derzeit. Da seh ich wenigstens ein bisschen was. Nee, das ist jetzt hier. Das Monster aus der Schule. Ach so, ja. Ist gut gekommen. Oh, das war nur ein Blatt. Ich dachte grad, jetzt kommt mir jemand entgegen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt wahrscheinlich irgendwo wieder hochspringen muss. Mhm. Oh, eine Batterie. Ach, Shane. Ah, ja, stimmt. Hoffentlich hätte ich jetzt... Vielleicht kriegen bald die Kamera. Ja, entweder das, oder ich hätte zu diesem Zeitpunkt die Kamera schon haben müssen. Juhu. Äh. Das wär schlecht. Dann sind aber die Programmierer schon. Ja. 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 Ja.